Faktum ist, dass die Corona-Impfung vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Aktuell ist ein niedriger Wert von sechs Patienten auf den Intensivstationen und elf auf den Normalstationen in den niederösterreichischen Spitälern zu verzeichnen. Laut Impfdashboard des Bundes liegt die Impfrate bei Vollimmunisierten in Niederösterreich bei 52,7 Prozent. Aber es ist auch ein immer größerer Anteil an Corona-Infizierten, die bereits geimpft sind, festzustellen. Aus dem Landessanitätsstab heißt es, dass es im Zeitraum vom 7. Juli bis 26. Juli insgesamt 712 positiv Getestete in Niederösterreich gegeben hat. Den größten Teil davon machen mit 404 Personen, die ungeimpft sind, aus, also 56,7 Prozent. Dann folgen fast gleich auf 158 Vollimmunisierte mit einem Prozentwert von 22,2 und 150 Teillimmunisierte mit einem Prozentwert von 21,1. Von den 158 Vollimmunisierten, die sich trotz Impfung mit dem Coronavirus in den letzten knapp drei Wochen angesteckt haben, waren 53,8 Prozent mit BioNTech-Pfizer geimpft worden, 3,8 mit Moderna, 34,2 Prozent mit AstraZeneca und 8,2 Prozent mit Johnson & Johnson. Dabei ist aber zu bedenken, dass der größte Anteil das Vakzin von BioNTech-Pfizer injiziert bekommen haben. Dienstag früh waren für Niederösterreich 43 Neuinfektionen gemeldet worden. Der Anteil der Delta-Variante an den Fällen lag in der Kalenderwoche 29 bereits bei knapp 90 Prozent.